so dann sind wir endlich mal back in business so kann ich anfangen oder 40.000 ist das gut 40.000 kostet mal gefängnisausbruch genau das problem wird sein das muss jetzt wirklich also knapp jahren nicht gespielt haben was du scheiße was ist mit waffen hätten wir uns vor waffen kaufen müssen kannst du jetzt hast du waffen jung ja ich glaube nur mp und pistole also ich kann ja wie und pistole anwählen nicht machst du einfach machst du einfach schmerz schwerste panzerung kaufen munition für alles kaufen habe ich schon munition voll und panzerung schwerste panzerung habe ich ja sehr gut reicht den rest machen wir okay mach du mal wenn du fertig seid so oder mache ich spielen nur starten kannst du also ich bin fertig bin bereit alle fertig alle fertig mit den nerven mit der welt ja das ist noch ein bisschen geputzt jeder danach natürlich sehen wir ihn auch der mr crest dumm schwein erklärt uns jetzt wie wir es machen genau wie wir alles in der back was auch vor der mehr da bezahlt uns und siehst du bist alles mal zu siehst alles 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 während alles ich bin du bist du nicht alles 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 aber das ist es ist dabei zu reizet fred h h h h h h h h Du hast den Einstellungen, cool, right? You're my mate. And I will stand by you. You're my mate. Hahaha. Die sind noch. Wir haben noch mal ein älteres. Ja. Scheiße. Ja, genau. Oh, Professor. Und das ist der dritte. Das ist der Mr. Mr. Meister. Properer. Ist die Moni mit Drölle heißen Sie Krisenrollen hier, du jung. Ja, ne? Hahaha. Hahaha. Mh. Mh. Es geht eh schief. Weiß ich noch. Jetzt geht's los, Jörg. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich hab' mitm Rob mal einen Banküberfall gemacht, würde ich die Schlösser knacken müsstest. Was du meinst denn? Ba 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 ba. Jetzt muss man Korb im Jörg vorgehen. Genau. Hier noch. Nee. Ein scheiß Bus wieder klein, ne? Ach ja. Ach ja. Kriegen wir hin, Jungs. Ach, wo anderen Bus klein müssen, dann noch auf einem Flugfeld? Und das Ding ein Luftspray? Luftfeld hat auch heute was gesorgt für den Flugfeld. Ja, wenn wir einen Hubschrauber holen, dann. Die anderen müssen einen Hubschrauber holen, den Gefängnisbus. Einer muss fliegen, einer muss zum Piloten. Ja, genau, genau. Nicht immer mit Jets, mit einem normalen, ohne. Also fliegen ist nicht meins. Ich sag zum Denom, mit so was. Ja. Ja. Ja, wir sind da gereddert worden. Doch denn? Ich bin Müller. Alles schön geschafft gehabt, und dann... Ja, wie hinten rumgereiht und dann nicht. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ach, war das schön. Wir können ja einfach nochmal... Wir haben es ja alles in der Playlist bei GDR in den Highs. Mit dem, die wir gemacht haben, du. Das war geil. Ach, ihr habt es gewonnen, habt es schon geschafft gehabt, und dann ist doch denn ein Helikopter oder andere? Genau, und wir mussten es einfach machen. Helikopter oder andere? Oh, David hier, Pinke, Pinke. Das passt mir jetzt an mit dem Flugzeug. Genau, meistens mit der 1. Wo tut man das ein? Ne, ich habe jetzt einfach auf der 1 gedrückt, der lädt jetzt. Ich muss aber mal meine... Schwierigkeit, Leute. Ja, voll, volle Hütte. Volle Hütte. Ich muss nur dann mein Auto mitnehmen, ne, David? Weiß Bescheid. Was? Schwer? 101,25 RP und Gelder oder was? Krieg ich Pinke, Pinke. Halbüberfallkleidung. Was denn da oder mit? Egal. Das ist was da. Gespeicherte Outfits, oder? Ja. Gut. Das ist ja irgendwie eine gute Einheit. Ich habe 10.000 Schuss, also in der Karabiner. Wir können anfangen. Ich muss nur noch mein Auto dann holen. Ein Kuruma halt. Da fahren wir gleich alle bei dir mit. Richtig. Wird schön aus dem Fenster geschossen und dann ist hier, ist hier Polen offen. So. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los, David. War da auf Horst, steht da ja. War da auf Horst? Gute alte Zeit. GTA. Und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich ja zwischen unseren Spielern hin und her springen. Na, warte mal. Du musst einstellen, wer was macht wahrscheinlich, oder? Was stimmt dort? Nö, das ist doch bei dem noch nett hier. Steht ein Flugzeug, Schmuggler oder... Du musst einfach links links bei Einstellungen ganz unten dann aufspielen. Aufspielen muss ich gehen, ja. Das wird sein. Du bist bestimmt als Profile gegangen. Jetzt ist es aus. Ah, ja. Jetzt ja. So ein Team ansehen, Pilot. Aber du bist Pilot, Jörg, das macht immer auch noch ein Pilot. Scheiße, ich wollt grad sagen, das ist nicht. Wie kann ich das wechseln? Gibt ein David, David, das ist der Pilot. So ein Team ansehen, da kannst du wechseln, ja. Team beitreten, was du dann. Ich mach'n Pilot. Genau. Kann man Jörg mal aber anmachen, also. Irgendwann muss das eh machen. Hm. Jetzt ist, glaub ich, der David Pilot. Ja, richtig so. Richtig so. Gut, so. Dann machen wir's, wann wir so. Und wir sind der Hoden-Trupp. Getunedes Fahrzeug, 10 Tonnen, aber. Nein, wir nehmen einen, ist scheißegal was, wir nehmen eh meinen. Ja, lass mal drinne. Okay, bereit, ne? Jo. Gut. Alles klar, danke. We are back in business. Na, na. Wir haben das schon in die Party, oder irgendwo, da kann man von irgendwo irgendein Scheiß-Spieler. Oder wie der Samuel-Rocke, wie sieht's ja nicht aus. Samuel-Rocke. Und wir haben das schon immer angetan. Und wir haben den Prozess-Hetste gewonnen. Und wir haben den Prozess-Hetste gewonnen. So. Weiß ich, hirngekammer, oder und einer? Alle gleich, alle, alle, drei, drei, zwei, drei, zwei. Das ist mal alles, hm. Seitdem einer muss man unterschauen. Das ist doch ein Scheiß-Huber-Alter. Das ist der Arterie-Huber. Das ist unsere Arterie-Huber. Warte, ich muss jetzt links? Ja. Wie ein? Oh ja zappen! Kannst du das nicht mehr wechseln? Mach du... Mach ein Schiff, mach ein Schiff, Lottie, Buss! Mach ein Schiff, mach ein Schiff, Lottie, Buss! Mach ein Schiff! Mach ein Schiff! Brück mal aufs Touchpad, da kannst du das nicht mehr sehen! Ja, siehst du! Oh ja! Ich schiebe mal auf den! Ja, ich schiebe mal auf den! Schiebe mal auf den, genau! Hihi! Wir spielen alle verrückt! Ich spiele alle verrückt! Dann schiebe ich vorne auf das Auto auf den Reifen und mach ruhig ein Schrecker! Du hast ja schon auf den Robots geschissen! Was? Was? Waaas? Ich bin mir auf Robots schießen! Das ist aber bei der Geschwindigkeit auf den Robots schießen! Teamleben, du? Ist schon ganz schön blöd, oder? Ja, das tut mir! Ja, keiner darf drauf gehen! Es darf keiner draufstehen Also denne können ein Rotor laufen So wie der fährt, sollen wir gleich alle tun Was ist das? Deckung, wenn wir irgendwo im Deckung gehen, ist das R1 Na hinter Autos und so, das hat man glaube ich schon mal Ach ja, da war ja noch R1 Ja und weißt du was lustig ist, wir müssen auf die Reifen schießen, wenn wir nicht rausfahren Aber die machen den Türen nicht länger Aber die machen den Türen nicht länger Aber die machen den Türen nicht länger Mhhhhh 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 Oh cool Ist doch gut unterwegs hier, ne? Deckung, so Längst du noch oder hast du so sequent? Ich fahr so wie es vorgegeben ist Ah, geil ne Leht Du scheiße jetzt Mhhhhh Schlechtes Wetter hier, was soll denn das? Ich bin im Sommer In der Wüste? Na Regen in der Wüste? Wir haben aber ein Zeichsam hier Was denn? Ich fahr doch ordentlich Regen in der Wüste ist auch sehr glaubwürdig Das ist GTA Sehr glaubwürdig Ja, das geht ja auch nicht GTA Aaaaaaachtung Uuuuuh Das ist ein Das ist so furchtbar Achtung, Schlingerkurve Uuuuh Jetzt springt er noch über den Boden da im Rieb Das ist ein Schönen Arschwagel, hast du gesehen, David? Was ist der beste Schlagg Wo? Hvw- mau Hvw- mau Was passiert, saturated? Mhh Aber das wurde damals alles nicht freigeschalten, glaube ich. Ich glaube, ich könnte bloß die Karten sein. So seid ihr ready? Seid ihr ready, was geht am Schluss? Ja, ja, warte mal. Ich darfst mal reinkommen in die Sorge. Das sind alles rote Kreise. Ja, aber das ist alles. Wir haben uns alles angesehen. Pardon. Das ist also neuliches Ziel in Denkwahl. Das heißt, wir haben uns immer noch nicht sicher. Ja, relativ safe. Da fährt die jetzt alle Bilder, oder? Ja, dann bleib einfach schön schön. Bleib nur sehen, Robert. Ja, gut, da kann ich auch mal gewissbar, wenn wir mal alles so gut sagen, ne. Schießt? Aber so gibt es viel, wie wir wollen. Wie können wir jetzt ziehen? L1-Zieh. 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 Die Glückheiten, L1-Zieh. Du musst die Innensicht machen, oder was? Ne, hast du dann diesen kleinen weißen Punkt? Die sind alle mal nicht so. L1-Zieh. L1-Zieh. Ja, wo ich sieht' auf der anderen Seite, ich seh' auch eure Hinterkrippe. Alles gut, bis halt. Nee, geh ma' wieder raus, eh, mach' mal wieder, eh, den Catch-Bad drücken. es kommt aber auch gleich einer von der linken Seite, nehmt ihr den? Auto tut rechts, muss man sagen, ist voll klar War gute Investition, ne? Da müssen wir ein bisschen mehr rein gehen Ich hab's eigentlich noch relativ viel Zack Ich hab einen Das ist so großartig, das ist doch gar nicht geil Ja, auf die Seite Das war ein bisschen nötig in Form, ne? So einfach traurig nicht so stark So, dann sind die Glücksfall Naja, hier ist der Und nur der Kiste hier ist auch noch Oh ja Oh ja Oh ja, hier gibt's ja noch die Böder, ey Das muss man nicht Hier rumwitzender Oh, Leute habt ihr, habt ihr gesehen, dass hier hinter uns welche sind? So, fach der Kiste Die hier? Hm, nimm ich Kommen ja irgendwie Waffen wechseln Na, du hast ja bloß noch die andere Ja, da sind die Pistole Ja, da sind die Pistole jetzt drin Ja, da sind die Pistole jetzt drin Ja, da sind die Ombudslerbestände Ja, da sind die Ombudslerbestände Ja, da sind die Ombudslerbestände Ne, ich hab Munition Ich hab für alle Waffen volle Munition gekartt Sprich mal auf den Partnerkrieg Ach, ja, da sind die Ombudslerbestände Davon liegt alles, Geld auf die Spreuzung Höhlen Wir haben einen schönen Einzelnen Weg, ja Die Pontiornoin gleich zu warten Ja Von der Sommission ist dann das Geld Ich hab das Problem, ich konnte die Böden anwählen So haben wir sollte, weil eigentlicher jetzt hat dennoch zwei Kölnervorm Und Jo gut schön blühten schönes Wetterleucht und das Windel da und das ist auch ganz schweig Winkel ist noch einmal oh, ja, aber das kann doch dort explodiert sein die Angefangenen müssen frei sein ja und so und ist und die wird schnappen hier wird und ich nicht mehr nicht nur in 7 6 in die Klinik war er erlebt Dreckskerl so die Jürgen steigen aus und sammeln dir mal hier hinten die Kohle so ein bisschen mit ein hier hinten wo die ganzen Leichen liegen okay hinten, hier, hier linke Seite auch einfach nach drüber rennen oder genau, genau, genau das ist nämlich ein bisschen was am Stil Wester das glaube ich, die Zünger, ja, alles klar, jeden Tag, nicht gerade auf sich fliegen mit hat nicht, auf jeden Fall, ich bin ja zum richtiger zum guten Trupp, bis auf die Karreform mitfliegen Was soll ich mitfliegen, oder soll ich mit dir mitfahren, wie sind das? Ich glaub, ich kenn mich da auch nicht aus. Wie ihr wollt. Wie du willst. Muss keiner mitfliegen, kann. Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir. Ob ich komm. Mein Rotor lang. Warte. Warte. Kann nicht einsteigen mit Dreieck, das geht doch irgendwie nicht. Nee, da bist du Bodentrupp, da bist du Bodentrupp. Aber renn nicht mein Rotor. Gehen wir auf der Anschlussseite von Flugzeugen und Fliegen. Keine Ahnung, es geht nicht. Fliegt einfach los. Nee, es geht nicht, komm nicht. Nein, fliegt los. Bis dann, Michael. Was da aus, dann gehen wir mal noch. So, wir sehen uns in der Halle. Wir müssen spüren. Ja, weil das ist mein Geist. Die Freude wollen. Ich war da nur so, ne? Ich bin so gut, das ist das cool. Das nicht alles klappt. Sie müssen Geld verdammt. Wie in der tollen Unterschiede sind. Das ist das? Wir sind nur so für die Fliegen geflogen. Und jetzt sind die Karne. Das wird gesagt, wir sind die Fliegen. Das ist alles gut. Das war so, ich war so. Oh ja, der war so gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF